ja und damit herzlich willkommen zu einer weiteren episode von death stranding der letzten episode hatte ich ein bisschen spaß mit den leuten hier und jetzt müssen wir diesen booten hier retten die ungefähre route habe ich da schon mal drin wir sind momentan hier und dann schauen wir mal dass wir da unten hinkommen okay machen wir mal regen mal wieder immer mal ein bisschen gas hier ich möchte ein truck eigentlich nicht kaputt machen das war das lausen rumfahren war mit dem truck ist es so viel angenehmer okay wenn wir hier mal ein bisschen reinfahren perfekte ein bauchgefühl sagt mir dass diese gute mitten von idees sein wird das ist sowas wie die fahrt hier ja immer soja das weiß ich dass das hier die idee gebiet ist naja special ding geht mal wieder auf die kamera position ist immer wieder schräg kamera wirst du da vielleicht mal ein bisschen weg gehen vom auto ja schon der erste viel spaß mich einzuholen ja da hinten ist das gebiet okay wir haben fast keinen saft mehr vielleicht macht es sinn dass ich mich dass ich den truck auflade die nächste aufladestation ist da unten das heißt einmal umdrehen und da runter ich glaube das mache ich bevor ich mit dem wieder nicht mehr fahren kann das war jetzt irgendwie selten dämlich und ne ich umkippe ja runter einmal aufladen ja ja ich weiß so da anhalten ja kriegst ein paar likes danke für die hilfe das ist für dich das ist für dich hey kumpel nice du hast gerade märkte, wenn er wenig ist was hast du für einen effekt nein nein nice okay normale geschwindigkeit fahren na komm du schaffst es wow wow nicht ganz so schnell bitte so dann wären wir hier gut wo soll der sein du hast jemand in deiner nähe siehst du ihn nein sieh mal genauer hin ach da weißt du was ich nehme jetzt gerade mal hier die Sachen mit nice moin ernsthaft uh und jetzt nach hause bringen ach so warte mal ähm frachtmenü öffnen ah 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 halt 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 frachtmenü öffnen auf dem rücken warte mal kann ich mehrere auswählen mehrere auswählen äh schnickernsgebotenstiefel kann ich jetzt doch sagen bitte alles warten auf truck bestätigen okay ähm ich will meine ganze fracht natürlich nicht hier lassen ja sorry dude ich bin gleich wieder bei dir aber das bleibt hier nicht da äh mehrere auswählen sonst irgendwas nee äh laden auf truck okay das zeug hier mal abladen passt okay ähm du kommst jetzt mit weh du konntest jetzt nicht in den truck laden ich war nicht okay er ist jetzt drin okay okay abmarsch oder du hast ne kretter verantwortung da fülle ich mich mit äh 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 ne dummfallen lol lol das hat so funktioniert hahaha einfach mal bei ihm durch na klar okay okay ja ne bb du musst jetzt mal ohne mich klarkommen ja ne bb du musst jetzt mal ohne mich klarkommen ach komm jetzt ach komm jetzt oh leute fahrt doch bitte einfach ich möchte so gern skippen können fahr ich jetzt überhaupt richtig ja so plus minus wir könnten eigentlich die markierung nochmal neu setzen äh einmal so einmal so so hier vorbei wo ist die Brücke da der Brücke und dann dahin ok ok Turbo oh scheiß Kamera da seh ich immer komm aber was das ist das ist wohl einer der wenigen Dinge die im Spiel halt echt nervig sind oh 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 nicht um komm komm geht schon ok passt ich glaub wir sind jetzt sicher halt ok das ist ja das ist wohl nicht irgendwie nicht auch mal die mit mit. Sag mal, du Kollege im Auto. Müssen wir ein bisschen quatschen und erzählen, was passiert ist. Oder eher nicht so. Und ja, auch die Station. Ach, da hinten. Zuh, da ne. Passate, bitte da. Noi's. Ja, ist jemand da vorher gut gefahren? Ja, ne. Bin ich kaputt. Na, haben wir es nicht negiert? Ja, ist auch egal. Holst mich doch eh nicht ein. Mois. So, da leh. Also, dann werden wir den jetzt erstmal hier deponieren. Und werden dann den einen Auftrag mit annehmen. Das ist tatsächlich keine blöde Idee mit dem Austausch. Ups, da leh. So, ich hab da jemanden für euch. Äh, liefern. Pracht. So, bitteschön. Ihr und eure Likes. Ich versteh es nicht. So, rein. Was? Bumpelbott? Gut gemacht, Sam. Dank dir ist der Bote noch am Leben. Und wir konnten einen funktionierenden Prototyp eines neuen autonomen Lieferbots bauen. Okay. Stell ruhig auch einen für dich her. Du musst aber wissen, dass in jeder Region immer nur eine Einheit aktiv sein kann. Wie, läuft der jetzt bei mir mit, oder was? Thomas Zaffern hat ihre Fertigungsdaten. Wir folgen jetzt die Fingstelle Tschak Langstrecke. Und Musik. Chemikalien können jetzt in alle UCAs zugegangen verwendet werden. Okay. Passt. Süddele. Terminal aktivieren. Hauptauftrag. Lieferung. Baumaterialien. Das da. Alles klar. Kumpelbots sind bewegliche Roboter, die innerhalb des keralen Netzwerks agieren können. Sie besitzen diverse Modi, darunter den Folgemodus, in dem sie sie empfolgen, und der Liefermodus, in dem sie Fracht automatisch an ihren Bestimmungsort liefern. So praktisch. Kann es jederzeit zwischen den Modi wechseln. Okay. Ja, aber nachdem wir jetzt in ein Gebiet reingehen, wo dann ein kerales Netzwerk ist, bringt es mir jetzt eh erstmal nicht so viel. So. Passt erstmal. Mal erstmal. Passt erstmal. Der nächste Chuck hier drin. Alles umladen. Können wir das da bitte auf den Chuck umladen? laden auf den Chuck. Dankeschön. Ah, Stiefelkammer. Die Stiefel. Können wir die abladen? Ja. Und dafür die anderen Stiefel. Bitte tragen. Irgendeine Schuhe anziehen. Ja, dann werden wir jetzt aber nochmal einmal Sommerstiefel. Ja, einmal Stiefel nochmal herstellen. Ausrüstung herstellen. Wo war das? Wo waren die Stiefel? Ja. Zwei im Besitz. Jetzt hier im Lager oder was? Warte, spinnt. Oh, Tatsache. Ähm. Hier daran zu befestigen. Ja, machen wir mal. Und sonst eine X-Granate haben wir jetzt mit auf dem Rücken. Vorratssasche, Blutbeutel. Nur irgendwie Waffen oder sowas mitnehmen. Antikidee, Handfreierwaffe. Komm, nehmen wir das auch noch mit. Auf dem Rücken tragen. Gut. Tschüss, Korski. Abmarsch. Wacht, für den Aufbau. Schau. Nice. Dankeschön. Boah. Wenn jemand guckt, ich glaube, ich bin voll geil. hier bei mir. Nice. Jetzt weiß ich auch, warum es bei der einen Straße diese Abzweigung gegeben hat. Weil wir dann vermutlich eine Straße haben. Wollen wir den ersten Punkt verbunden haben. Ähm. wir fahren mal da sind rüber. wir fahren mal nicht. Das ist auch So, vorsichtig Statt auf. Nice. So, jetzt gehen wir mit Full Power fahren. Da verbrauchen wir ja keinen Agu. Ja, und hier, warte mal. Mountain of City, ja eben. Schade, 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 schade. Können wir das noch nicht nutzen. Ob es Sinn macht, dass wir in Late-Node City sind, dass wir einmal in den privaten Raum reingehen? Yay, es regnet. Ja, die ist jetzt schon nicht gemacht. Das ist, ja, ich würde mal sagen, eher mehr so Roller-Geschwindigkeit. Na, ping. Tschüss. Aufsteck ihr. Naja, auch egal. Viel Spaß. Kommt mal ruhig in die City. Sofern ihr euch traut. Na, wieder auf den letzten Drücker. Ja, natürlich. Da ist gerade wieder der Gegenkracht. Mitte, Randlein. So, liebe Neuts. Ich habe da mal so Prototypen-Waffen für euch. Ja, ich glaube, ich sollte da echt mit dem privaten Raum gehen. Okay, naja, Gott fürs. Bibi. Todala. Ähm, liefern. Angeforderte Fracht liefern. Bitteschön. Gute Arbeit, Sam. Die Waffen, die du geborgen hast, nennen die Techniker Haftwaffen. Ja, ich kenne die schon. Aber dafür kannst du nichts. Wir hätten von Anfang an besser auf sie aufpassen müssen. Sehen wir uns die Fracht an. Anscheinend hast du ziemlich viele zurückgeholt. Gut. Es hätte viel schlimmer kommen können. So, Dankeschön. Tötelein. Überspringen. Dankeschön. Dankeschön. Töte Arbeit. Neuer Auftrag verpflegbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterf. Hast du vielleicht etwas für die City, wo ich eh hin muss? Oh, Aufträge für mich. Nee, Straßenanleger mache ich nicht. Das mache ich auch nicht. Nö. Standardaufträge. Nö. Okay. Ja dann. Warte mal. Ich glaube, Garage, Hangar. Das mit dem Reparatur-Ding hatte ich ja noch nicht, ne? Geschwindigkeit. Kumpelbots. Was war denn das mit dem Reparatur-Ding? Kraftskelett. Leiter. Blutbeutel. Hä? Das ist aber nur Behälter-Reparatur. Ein Restaurations- und Kompensierungsmittel, mit dem Frachtbehälter eingespült werden können, um Schäden an ihn zu beheben. Hm, das mit dem Fahrzeug reparieren ist irgendwie noch nicht. Okay. Ja, gehen wir mal schnell in den privaten Raum rein und wieder raus. Sollte ja eigentlich recht schnell gehen. Jo. Einmal überspringen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist nicht Fredsch. Entschuldigung, Fredsch. Ähm. Fuck. Okay. Das hat mich jetzt erwischt. Okay. Möchtest du uns sowas sagen? Was zum? Wir gehen mal kurz duschen. Das wäre doch nichts gewesen. Na, ich müsste es jetzt nicht sehen. Okay. Wie geht's hier mal wieder? Okay. Ich glaube, ich möchte hier nicht wieder sein. Zack. Mach ich. So, Fahrzeug benutzen. Oh, Blutgranate. Hm. Ja, nee. So. Ja, ja, immer. Aber das ist mir der Dusche bereits schräg. Das wird ja alles noch viel, viel schlimmer, je mehr wir da verbinden. Hoffentlich bringt der Software update was. So, inzwischen brennt er nicht, wenn wir uns dann... Naja, tut's mich nur detektieren. Wenn wir unseren Truck nochmal kurz aufladen. Hm, ich weiß nicht, wenn wir nicht noch vielleicht mal eine Straße bauen sollten. Weil ich jetzt mal interessiert habe, wie man das frei einstellen kann, wie die Straße so verlauft. Also so nach oben, nach unten. Hier ist sie auch ganz schön Freestyle. So, ich glaube, hier... Wollen wir mal ganz kurz in der Nähe stehen. Gut, dass du fast, dass du nicht kannst. Na, wieder einmal aufchargen. Okay. Okay, du. Oh, ich glaube, ich glaube, ich habe einen Sequencer. Da werden aber jetzt einen voll auf den Berg da komplett drauf gehen, oder? Ich hoffe es mal nicht, weil das sieht ziemlich hoch aus. Ach, Leute, lasst mich doch mal in Ruhe. Du holst mich eh nicht ein. Okay, da geht es jetzt rüber. Mal gucken. Wir sind jetzt hier. Und wir müssen da hin. Das... Hier sieht es aus, als wenn hier noch irgendwas wäre. Wir werden hier mit dem Chuck kaum hochkommen. Ähm... All den Shit. Liker bekommen Likes. Wir werden erst mal... da so... in der Nähe vorbeidückeln. Und dann hier hoch. Mal schauen, ob das einfach wird. Das ist zumindestens... so die Art Grundbasis. Ah, ne. Wir fahren normale Geschwindigkeit. Ja, genau. Hier soll eine Straße gebaut werden. Da hinten der nächste Punkt. Ja, ich überlege gerade, ob ich nicht mehr aufkäme... und diese Materialien sammle... und wir da nicht mehr helfen. Ja, sehr geil. Regen, ne. Ah, ja klar. Betten, dass es... Ja, immer. Auch bitte entsetzt nochmal. Ah, zerstörte Fabrik. Ja, ja, ich weiß. Okay, wir machen nochmal einen kleinen Umweg. Wir fahren auf der Seite weiter. Nur um sicher zu sein. Okay. Ja, da ist das nächste Straßenmodul. Ja, ist es noch weit? Oh, wir sind relativ in der Nähe. Aber ich glaube, das... Nein, ich glaube, mit dem schaffen wir es hier nicht. Außer mit viel Geschick, was ich nicht habe. Okay. Wie zum Teufel soll ich da hochkommen? Das schafft er doch niemals. Nein, nein, nein. Oder doch. Alter, nein, nicht da hoch. Vorrückwärts. Bremsen, bremsen. Alter, nein, dreh dich. Oh, LKW. Sag mal. Hallo. Drehen. Okay. Alter, 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 Alter. Kannst du dich bitte nach rechts drehen? Ja, was du dich sagst, dass der Truck beschädigt ist. Oh, und jetzt da... Ja, Alter, rauf. Komm, 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 komm. Ja, du schaffst es. Yes. Komm. Ja, da rauf. Komm, 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 komm. Yes. Also hier rauf. Ne, warte mal. Können wir da... Können wir mal kurz hier rein, bitte. Ich muss jetzt doch sowas wie eine Rampe haben, dass man da irgendwo rauf fahren kann, oder? Ja, und jetzt rauf. Komm, komm, rauf. Puh, okay. Da. Ich muss das hoffentlich jetzt nicht abladen. So, lehle, liefern. Oh ja, geil. Ich muss das nicht abladen. Oh, du musst Sam Bridges sein. Diese Ein-Mann-Expedition. Trotz unserer abgelegenen Lage kriegen wir hier oben alles mit. Wir wissen alles über den großen Lieferanten, den GD-Killer, den Terroristen. Stopper. Am letzten Abend feile ich noch. Freut mich richtig kennenzulernen. Also, was hast du für uns? Wow, unglaublich. Das wird uns sehr helfen. Danke. Du wirst den Wegposten nicht wiedererkennen, wenn wir fertig sind. Ja, würde ich mal hoffen. Silly. Ein oder mehr Botschaftenlieferung abgeschlossen. Alles klar. Ah, man hat den Titel fähiger Frachtträger verliehen. Dankeschön. Ja, hoffentlich passiert nichts Schlimmes dabei. Nice. Nice. Ja, vielleicht ist es doch nicht mehr ganz zu viel. So, da... Was? Okay. Alles klar. Nicht-tübliches Sturmgewehr. Das finde ich aber auch nice. Neue Interviewdaten. Okay. Das hilft schon mal. Diese Breite ist jetzt... Ja, ist klar. Man, es ist echt toll, so richtig zu den UCA zu gehören. Wir saßen wortwörtlich viel zu lange auf einer Insel fest. Ich kann es kaum erwarten, wieder Verbindung zum HQ zu haben. Es wird viel Arbeit brauchen, um diesen Ort zusammenzuflecken. Aber ich bin so motiviert wie nie zuvor. Wir lassen unser Land nicht hängen. Danke, Sam. Und viel Glück da draußen. Nicht, dass du spreuchtest. Ehe du dich versiehst, bist du an der Westküste. Gute Arbeit, Sam. Jetzt musst du das Netzwerk bis zum Verteilerzentrum nördlich der Stadt erweitern. Jetzt wäre ein idealer Zeitpunkt dafür, denn die haben gerade einen Notruf abgesetzt. Die Lage ist unübersichtlich, aber es hat wohl einen Unfall gegeben und es müssen Verletzte versorgt werden. Ein Unfall. Warum sagst du es mir nicht gleich? Okay, lass mal schauen. Aufträge annehmen. Machen wir uns erstmal so ein Bot-Ding. Machen wir mal das da. Bot-Topp, viel Spaß. Immer wieder geil. Also. Aufdrücke für mich. Dringendlieferung von Blut. 15 Kilo. Zeit. 40 Minuten. Okay. Das ist eine Panzerung für deine Schultern und Beine. Der Nachteil ist, dass du in dir keine Fracht transportieren kannst. Du musst die Vor- und Nachteile abnehmen. Das ist wie vor Beschuss. Ähm. Ich glaube, ich hätte gerne so ein Sturmgewehr. Zweimal. Okay. Warte mal, war das jetzt das nicht-tödliche? Ja. Okay. Blut-Stiefel, Bruder-Gun. Ja, ne, passt. Einmal herstellen. Dankeschön. Denk dran, Sam. Wenn die Uhr tickt, ist Geschwindigkeit das A und O. Über... Ja, 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 ja. Äh, alles umladen. Ähm, ne, das machen wir mal auf den Rücken. Auf den Rücken. Und automatisch anordnen. Diese leere Bruder-Gun können wir mal... Abladen. Fast. Aufbrechen. Auftrag zugewiesen. Lieferparameter aktualisiert. Zeitlimit festgelegt. Ja, dankeschön. Jetzt schauen wir mal... Ach so. Also, wie düsen wir jetzt am besten? Da sind... Warum ist das ausge-ixt? Ähm... Ich glaube... Schieb-Jules sind hier. Wir müssen da lang. Können wir die einfach umgehen. Das hier. Steinschlag. Achtung. Muse. Ähm... Oh, scheiße. Das ist so ein... Oh, 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 oh. Ich glaube, da kommen wir mit dem Truck nicht weit. Oder sollen wir mal so weit mit dem Truck fahren, wie es noch geht? Gerale Brücke. Schild nach oben. Online-Briefkasten. Hier wieder nach unten. Habt's doch jetzt einen Wachtturm und Online-Generator. Äh... Da haben wir eine kleine Brücke. Oder einfach mal querfeldein. Ich weiß ja nicht. Ja, es soll das Ganze hier umgehen. Und dann da unten irgendwie rein. Ja, wir könnten einfach mal nach da oben fahren. Dann habt ihr es eine gute Idee. Oh, da ist eine Brücke. Ja, geil. Das ist natürlich praktisch. Äh... Steinschlag. Oh, da ist ein Energie-Ding. Lass uns da mal kurz hinfahren. Oh, mach keinen Blödsinn, Chuck. Will nur mal kurz aufladen. Oh, da kann ich keine Likes geben. Hey, 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 hey. Da kann ich keine Likes geben. Oh, da ist sie voll. So, und da unten ist es da. Ich bin jetzt hier so nach oben gefahren. Hm. Einfach da runter donnern? Ich weiß ja nicht. Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt da oben oder... Ja, okay. Ähm. Einmal umkehren hier. Oh, oh, oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, das war jetzt nicht so gut. Ähm. Ich glaube, ich möchte irgendwie da weiterfahren. Ah, da kann ich das hier schön umfahren hier. Achtung, Steinschlag. Yes. Nice. Einigermaßen gut umfahren. Oh, kein Blödsinn machen. Kein Blödsinn machen. Mal hier safe. Ich meine, safe ist relativ, ne? Und hier geht es jetzt voll nach unten, ne? Ja. Hier hat es Muse. Ähm. Da hat es aber ne Rampe, wo ich drüber kann. Und hier dann einfach durchpfeffern. Also irgendwie so. Quasi. Dass ich das ausgehen. Und dann irgendwie... Nach da. Geben da ne Rampe. Okay, okay. Okay, wir düsen mal. Nice. Okay. Ciao, Jungs. Viel Spaß. Die Schusswaffen sind halt echt scheiße. Und jetzt nicht unfair. Oh. Nächste Straßending. Oh, bitte sagt mir, dass wir dann hier eine fette Straße haben. Sam, wir glauben, dass du an eine lokale Terrorzelle geraten bist. Ex-Mules, die komplett vom Weg abgekommen sind. Frachtdiebstahl reicht denen nicht mehr. Chaos und Zerstörung sind jetzt ihre Drogen. Aber du hast sie auflaufen lassen. Du hast deine Fracht beschützt. Tolle Arbeit. Aber so leicht wirst du die bestimmt nicht los. Halt die Augen offen, ja? Ja, ja. Ja. Eigentlich wird es mich ja schon mal reißen, einen von denen zu tüten. Ein, um zu schauen, ob die Spiele sagt, ja, ich muss den irgendwie zu einer Verbrennungsstation bringen. Weil dann sonst wieder diese Mega-Explosion abgeht. Hm. Können wir vielleicht auch mal mit so einem Mega-LKW fahren? Ah, da ist der Eingang. Warum sieht das eigentlich hier so total abganzt aus? Und auf welchen Straßen fahrt sie mit diesen LKWs? Ist ja mit dem Kleinschüter-Problem. Okay, rein hier. So, erstmal hier parken. Dann könnte man dort mal einlagern. So, Express-Lieferung. So, wirklich Express-Liefern. Wie steht die denn? Ach, das ist nur einer. Unglaublich, wie schnell du warst. Ja, ich hatte einen LKW. Nein, pass doch nicht auf. Wäre bitte so jemanden, wie dich zu verlieren. Nice. Es war übrigens kein Unfall, sondern ein Anschlag. Ein von uns bearbeitetes Paket enthielt Sprengstoff. Diese Separatisten-Ärsche denken echt, dieses Land gehört Ihnen. Vielleicht haben Sie recht. Jeder von uns hätte dieses Paket abfertigen können. Scheiße. Wir müssen vorsichtiger sein. Die Sicherheit erhöhen. Wenigstens gab es diesmal keine Toten. Vielen Dank, Sir. Wirklich. Ich, äh, ich höre, macht das chirale Netzwerk-Vorschritte. Meinst du, die Signalstärke reicht, um uns anzubinden? Ich hoffe es wirklich. Probierst du es mal, hä? Ah, bitte, um schief gehen. Ich, äh, ich höre, macht das. Ja, nice. Oh, und jetzt noch mal so ein Sturmgewehr. Sir. Mithilfe des chiralen Netzwerks haben wir Daten von Experimenten wiederhergestellt, die uns im Bereich der Forschung und Entwicklung... Wir haben sogar schon einen Durchbruch erzielt, der in unseren Waffenprogrammen praktische Anwendung finden kann. Blutkugeln. Blutkugeln. Anti-GD-Munition, die sich die einzigartigen Eigenschaften deines Blutes zu Nutze macht. Behalte aber im Hinterkopf, dass jeder Schuss, den du abfeuerst, eine kleine Menge deines eigenen Blutes verbraucht. Ja, leider. Aber die von der Situation bringt ein Wechsel zurück zu konventioneller Munition vielleicht mehr. Weitere Informationen findest du auf der Liste... Ja, alles klar. Sturmgewehr, nicht-tötliches Sturmgewehr, Stufe 2. Ja, ich bleib beim nicht-tötlichen. Das ist mir viel lieber. Okay, äh, dieser Bereich ist jetzt... Ja, okay. Wieso? Du vor der Anreise deiner Ausrüstung. Ja. Okay, ich hab nicht mal ne Wahl. Ja, dann, ähm... Briefing? Kein... Ach, bis jetzt... Ehm... 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 Hh... Ah! Steve! Amelie! Ich wollte dir nur sagen, dass ich in Sicherheit bin. Vorerst. Versprich mir, dass du das Chirale-Netzwerk weiterbaust. Das ist unsere einzige Hoffnung. Meine Hoffnung auf Freiheit. Und wenn du fertig bist, können wir zusammen in den Osten heimkehren. Amelie, dein Kipo, wo ist es? Sam. Ich werde am Strand auf dich warten. Irgendwas ist daran sehr fishy. Ich habe so das Gefühl, dass es manipuliert war. Oh ja. Okay. Liebe Leute, ich würde sagen, hier machen wir mal Schluss. Wir sind eh wieder an der Zeit. Und in der nächsten Episode schauen wir dann, wie es weitergeht. Vor allem mit den ganzen E-Mails. Ich lese die nicht. Wie es da weitergeht. Und wie gesagt, das mit der Stadt, glaube ich, war eine Lüge. Aber es ist jetzt nur so eine Vermutung. Vermutung. Na gut, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da mit dem Abo. Und dann wünsche ich euch weiterhin eine gute Reise auf der Wanderung. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Video. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ihr ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.